Hallo liebe KiCat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen KiCat-Tutorial, KiCat 5.1.2. In diesem Video möchte ich euch noch ein paar kleine Tricks zeigen, die euch beim Erstellen von Platinen helfen. Und zwar als erstes hier oben mal die Hilfe. Wenn ich hier auf die Hilfe klicke, kann ich hier in das Benutzerhandbuch wechseln oder über die Tastenkombination F1. Öffnet sich das Benutzerhandbuch. F1 bzw. Hilfe-Menü funktioniert in allen KiCat-Programmteilen, also nicht nur hier im Platinen-Layout, sondern auch im Schaltplan, Footprint-Editor und Schaltzeichen-Editor. Ich kann also dann in dieses Benutzerhandbuch hinein wechseln. Voraussetzung ist natürlich, ich habe es mit installiert, standardmäßig wird es mit installiert, ich kann es aber bei der Installation abwählen. Wer das also abgewählt hat und sich den Speicherplatz gespart hat, der muss jetzt auf das Internet ausweichen und auf der Webseite von KiCat kann man auch in die Dokumentation wechseln und kann sich dort die Dokumentation entweder direkt online oder als PDF bzw. als E-Book herunterladen. So, ich wechsle mal hier rein und wir sehen, dass leider, das ist das Problem an KiCat, es ist Open Source und hier ist in dem Fall jetzt die deutsche, das deutsche Benutzerhandbuch zwar installiert, aber wir sehen hier teilweise deutschen Text und auch hier englischen Text, das heißt mit anderen Worten, dieses Benutzerhandbuch ist noch nicht ganz übersetzt worden. Auch die Online-Version auf der Webseite ist da in dem Fall jetzt hier noch nicht weiter fortgeschritten als die bereits installierte über diese Installation 5.1.2 KiCat. So, aber egal, in diesem Benutzerhandbuch möchte ich euch jetzt hier mal das Kapitel 5 ans Herz legen. Hier sind nochmal alle Layer beschrieben, das heißt die einzelnen Lagen, die wir ja hier rechts im Bild oder im PCB-Layout anwählen können, die sind hier nochmal armdetail beschrieben, was sind Kupferlagen, was sind technische Layer, was sind benutzerdefinierte Layer, wozu sind sie gut und wer sich das mal hier in Ruhe durchliest, der kann also durchaus auch für sich selber dann festlegen, welche Layer muss ich denn zum Beispiel exportieren, um eine Platine zu erstellen oder erst produzieren zu lassen beim Platinenproduzenten um die Ecke. Diese Frage taucht nämlich immer wieder häufig auf, welche Layer muss ich denn dazu nutzen und hier kann man sich die Frage im Prinzip selbst beantworten und es gibt da durchaus Unterschiede, wenn ich eine SMD oder eine rein SMD-Platine habe, muss ich natürlich andere oder mehr Layer exportieren, als das vielleicht bei einer betrateten Platine der Fall ist und auch der Unterschied möchte ich jetzt hier nur eine von Hand bestücken oder vielleicht mit einem Bestückungsautomaten eine ganze Serie machen lassen, etc. etc. und dazu kann man sich mal hier die Layer durchlesen. Leider, wie gesagt, hier noch nicht ins Deutsche übersetzt, ist aber auch kein Problem, einfach mal hier drüber gehen, markieren, kopieren und dann auf meinetwegen von mir aus, soll es jetzt mal hier der Google-Übersetzer sein, das einfügen und dann habe ich zumindest eine schlechte Übersetzung, aber ich denke, die hilft dann trotzdem weiter, während das Englische nicht ganz so mächtig ist. So, das wäre der erste Streich und als nächstes hier noch das Kapitel 8.5, auch das sollte man sich mal durchlesen. Hier geht es nochmal um das Thema Netzklassen, die typischen Abmessungen, das heißt also hier die Breiten, der Isolationsabstand, die Leiterbahnbreite, da gibt es hier verschiedene Klassen und da kann man sich das hier mal in dieser Tabelle mal durchlesen, was man da so braucht oder einstellen sollte. Dann haben wir hier unten mal noch zwei Beispiele, da ist das hier nochmal in diesem Bild sehr gut illustriert und hier auch nochmal die Standardeinstellungen, die man so nutzen kann und sollte und einige Hinweise zum manuellen Verlegen, Hilfe zum Erstellen von Leiterbahnen. Auch das, wie gesagt, recht interessant, also dieses Kapitel oder diese zwei Kapitel sind eigentlich so die wesentlichen, die man sich vielleicht nochmal in einer ruhigen Minute zu Gemüte führen sollte. Dann sind wir hier durch und jetzt möchte ich euch hier nochmal was zeigen im Latinen-Layout selbst. Da haben wir hier mal das Netz P20 unterstrich D2. Wenn ich jetzt mal in die Situation komme, hier diese Leiterbahnbreite ändern zu müssen, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann jetzt hier dieses einzelne Element anklicken, Linksklick mit dem Cursor, dann habe ich jetzt hier nur dieses Einzelelement angeklickt und wir sehen, hier gehören natürlich noch mehrere Elemente zu diesem Netz P20 unterstrich D2. Wenn ich das einzelne anklicke, kann ich natürlich jetzt hier mit der Taste E in die Eigenschaften hinein wechseln und ich kann jetzt hier zum Beispiel mal die vordefinierten Breiten von 0,4, das war der Standard, hier zum Beispiel auf 2 mm ändern. Okay, und wir sehen, jetzt habe ich hier meine Leiterbahnbreite auf 2 mm geändert. Ich mache das hier mal rückgängig. Wie kann ich jetzt hier solche vordefinierten Breiten einstellen? Das habe ich auch schon mal im Video gezeigt, das finden wir hier unter dieser Einstellung Platine Board. Und da haben wir hier unter Leiterbahnen und Dukos kann ich jetzt hier eben 2 mm oder mit durch hinzufügen noch verschiedene weitere Breiten und auch Duku-Durchkontaktierungen mit Bohrungen hier einrichten. Brechen wir hier wieder ab. So, jetzt kann es aber natürlich sein, ich möchte nicht nur dieses Einzelelement auf 2 mm ändern, sondern ich möchte hier alle 3 Elemente von diesem Netz auf 2 mm ändern, warum auch immer. Wie gesagt, Variante jetzt A, ich gehe jetzt hier auf jedes Einzelelement mit E-endrichters, händisch, ist natürlich sehr umständlich, das geht auch in einem Rutsch. Und dazu kann ich hier im Menü bearbeiten, auf das Bearbeiten von Eigenschaften von Leiterbahnen und Dukos gehen. Wenn ich das hier öffne, oder anklicke, öffnet sich dieses Fenster und ich kann jetzt hier den Anwendungsbereich festlegen. Möchte ich jetzt die Leiterbahn ändern, möchte ich die Durchkontaktierung ändern oder beides. Das kann ich entsprechend hier mit den Häkchen auswählen. Und ich kann jetzt hier einen Filter setzen und zwar hier in dem Fall mal den Filter auf die Netze, also nach Netzen gefiltert. Und wir hatten ja schon gesagt, dieses Netz heißt also P20-D2. Ich habe das hier schon mal ausgewählt. Wenn ich das hier öffne, habe ich hier dieses Dropdown-Feld und kann jetzt hier alle Netze anwählen, die in meiner Leiterplatte vorhanden sind. Ich nehme hier P20-D2. Und ich möchte jetzt hier als Aktion das Ändern auf eine Leiterbahnbreite von 2 mm durchführen. Ich könnte jetzt hier natürlich theoretisch auch, wenn ich jetzt noch eine andere Duku-Größe eingestellt hätte oder voreingerichtet hätte, auch diese noch einwählen oder anwählen. Und ich kann hier hinten letztendlich sogar noch die Kupferlage auswählen. Das heißt also, ich kann hier mehrere Änderungen in einem Rutsch durchführen. Leiterbahnbreite ändern, Duku ändern und gleichzeitig das Ganze noch meinetwegen hier auf Button verschieben. So, das lasse ich an dieser Stelle mal weg. Ich möchte hier nur die Breite ändern. So, dann schiebe ich das mal hier so ein bisschen nach rechts. Wenn ich jetzt hier auf OK klicke, sehen wir, wird also das gesamte Netz jetzt hier sofort auf die Leiterbahnbreite von 2 mm geändert. Das ist die schnelle Variante hier in so einem Netz, mal die Leiterbahnbreite für alle Einzelelemente zu ändern. So, dann mache ich das wieder rückgängig. Nächster kleiner Trick, den ich euch zeigen möchte. Wir sehen ja hier eine ganze Menge Bauelemente. Und wir sehen also hier einmal die Bezeichnung des Bauelementes, in dem Fall hier C5. Und wir sehen jetzt hier, der C5-Kondensator hat einen Wert von 10 Nanofarad, aber leider nicht in F-Silk, sondern dieser Wert hier, wenn ich hier mit E draufgehe, befindet sich in F-Fabrication. Wer sich die Layers durchliest, wird feststellen, dieses F-Fabrication ist also hier für Bestückungsautomaten interessant. Und damit kann ich also dem Automaten wahrscheinlich mitteilen, welchen Wert oder welchen Kondensator er da setzen soll. Wenn ich das nicht haben möchte, sondern meine Platine zum Beispiel von Hand bestücken möchte und jetzt vermeiden will, jedes Mal in den Schaltplan schauen zu müssen und zu schauen, jetzt hier C5, welchen Wert hat er denn, müsste ich jetzt diese 10 Nano, das wäre jetzt kein Problem, Taste E drücken, hier in F-Silk, also ins Bestückungsdruck Layer zu verschieben, mit OK bestätigen. Dann würde jetzt hier nach der Produktion der Platine 10 Nano auch lesbar dastehen im Bestückungsdruck. Und ich könnte also hier, bräuchte ich nicht mehr an den Schaltplan schauen, sondern kann hier direkt zum 10 Nano Verrat Kondensator greifen und den bestücken. So, das muss ich natürlich jetzt hier oder müsste ich theoretisch jetzt hier für alle Bauelemente tun. Das ist natürlich sehr umständlich und fehleranfällig. Auch das kann ich mit einem Arbeitsgang durchführen, auch hier wieder bearbeiten. Und wir gehen jetzt hier in das Bearbeiten Text- und Grafikeigenschaften. Und da haben wir hier in diesem Fenster auch hier wieder den Anwendungsbereich. Ich möchte den hier auf die Footprint-Werte durchführen. Die gefilterten Lagen lassen wir an dieser Stelle mal weg. Ich brauche also nur die Footprint-Werte, die Values. Das sind also jetzt hier meine 10 Nano Verrat oder der Kiloohmwiderstand etc. Und ich möchte ihm jetzt hier mitteilen, wo soll das in welches Layer hin. Das machen wir in dem Fall hier auf F-Silk. Das soll sichtbar sein. Ich könnte jetzt hier noch die Linienstärke ändern, Texthöhe ändern, Schriftstärke und so weiter, Breite. Das lasse ich alles hier in den Standardeinstellungen. Auch hier könnte ich jetzt noch Anpassungen vornehmen und ich klicke einfach auf OK. Und wir sehen, jetzt sind hier in der gesamten Platine alle Widerstände oder überhaupt Bauelemente mit ihren Werten oder die Werte der Bauelemente hier in das Layer F-Silk verschoben worden. Das heißt, ich bekomme nach der Produktion eine Platine, wo ich hier direkt meine Bauteilwerte sehen kann und auch gleich entsprechend bestücken kann, wenn ich das denn händisch tue. So, auf diese Art und Weise kann man also schnell Änderungen durchführen. Das wollte ich euch heute in diesem Video zeigen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Spaß beim Basteln und Arbeiten mit KiCat und tschüss, bis zum nächsten Mal.